Mein Name ist Susi. Oh hey, du bist die kleine Sermon, oder? Ich war 14, als ich ermordet wurde. Mega Blockbuster. Ich war in dem blauen Horizont zwischen Himmel und Erde. Ich war lebendig in meiner eigenen perfekten Welt. Dann erinnerte ich mich, dass ich noch irgendwo sein sollte. Dass ich noch irgendetwas zu tun hatte. Was haben Sie angetan? Mark Wahlberg, Saoirse Ronan, Peter Jacksons in meinem Himmel, Sonntag, 20.15 Uhr.